Guten Tag, willkommen zu keiner weiteren Nicht-Folge-Dings. Heute mache ich in die Ender-Garry. Ich mache heute Vibrant Aloy. Das allererste, was ich machen muss, ist das krasseste. Ich komme hier nicht rein, Alter. Einen Bucket craften. Heftig. Dann brauche ich diese Teile und dafür machen wir jetzt erstmal reichlich von denen. Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe nur noch 64 Bindel... Achso, ich habe noch... Achso, das ist das, was man noch brennen soll. Ich habe doch noch 1000 von den Zeug. Okay. Dann möchte ich hier das einmal brennen. Dann habe ich nichts mehr von dem Zeug. So. Ja, ich mache jetzt erstmal eine Ender-Thermik-Pumpe dafür. Ich wollte heute einen Vibrant... Wie brand? Einen Vibrant Kapazitator. Echt? Bank. Ich gebe dir einen Tipp, was besser ist. Energy Cell. Erstmal ein Glas umschmeißen, ja, das ist echt eine gute Idee. Ich glaube, ich mache doch Energy Cell. Aber wieso sind die denn so... Weißt du, die sind so... Weißt du? Was, 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 was? Die sind halt irgendwie doch arschteuer. Also... Die Energy Cell... Eigentlich sind die gar nicht teuer. Die ist halt besser. Die Energy Cell ist... Also es ist so. Ender-AO... Ich war immer, ich habe keinen Redstone gehabt, aber jetzt habe ich wieder Redstone, also ist das kein Problem. Ender-AO ist halt am Anfang immer besser, weil die Sachen günstiger sind, am Anfang zu craften. Im Late ist halt an Terminal Expansion besser, deswegen werde ich mir auch irgendwann mal ein Redstone-Furnace machen. Und einen... Alter, ich habe einfach 8 Emeralds, das ist witzig, witzig. Und den Upgrade, weil es ist so, das Ding sprechert 80 Millionen RF. Ich mache heute einen Vireless Charger. Viel Spaß. Ach, stimmt, du hattest einen Ender-Man-Head. Mhm. Verdammt, das ist kein Problem. Ich habe einen Slice and Spice. Wer ist nicht da, ja. Slice and Spice. Slice and Splice. Die kann man eh immer mal gebrauchen, dann. Einen Schlitz and Spice. Genau so heißt das Ding. Braucht man aber auch einen Ender-Man-Head. Ach nee, da kann man einfach Skelett oder so nehmen. Erste Ender-Theramik-Pumpe. Soul Sand, haben wir Soul Sand. Hast du Lava? Ich glaube, ja. Was? Ob du Lava hast. Ja, habe ich, wieso? Ich brauche mal einen Eimer. Ich habe eine Drum irgendwo. Platziere dem mal, ich komme gerade. Ah, hier. In der Ecke. Weißt du, die nicht so platzieren können? Bitte, mach hier mal jetzt gleich deine Viaducts durch, bevor du den Scheiß machst. Weil man den Kram halt gut benutzen kann. Okay. Nee, ich mache... Ich habe... Also auch wenn es länger dauert, fahre ich jetzt bis zu Drängen-Fleisch-Scheiß. Fuck, ich bin ausgestiegen. Äh, nee, bin ich nicht. Ich bin falsch gefahren. Ausgestiegen wäre wahrscheinlich noch sinnvoll. Ähm, dann mache ich mir doch Viaducts. Ja, ähm... Wer ist bei Dreck und Fly? Ja, Viaducts kann ich halt wieder nicht machen, weil ich Glas habe. Also, kein. Machen wir nicht. Das ist doch nicht teuer, Mann. Doch. Nein. Viaducts. Ja, da. Hade, das Glas ist übel billig. Ich habe aber immer noch kein Obsidian. Warum dich? Was ist mit deiner Gary los? Ich habe nur Obsidian Dust. Reicht das? Ja, du brauchst ja auch nur Obsidian Dust dafür. Ich habe nur noch zwölf Stück. Ich brauche... Oh, ich habe einen Stack Obsidian. Gary lässt mich doch nicht im Stich. Viaducts. Viaducts. Fuck, dafür brauche ich einen normalen Ofen. Hardenet Glas. Hardenet. Was ist... Brauche ich da? Lead Ingot. Lead Ingot und... Was ist mein Inductions mehr? Lead Ingot. Ich habe einen Lead Ingot von Railcraft und 700 Ingot von Thermal Foundation. Ich habe 2500 von Thermal Foundation und 18 von Immersive Engineering. Ich brauche... Schon wieder das Glas umgeworfen. Ich sollte das woanders hinstellen. Mein ME-System kommt gerade nicht mit dem Portieren hinterher. Ja, ihr hört die ganze Zeit an dein Glas. Ja, danke sehr. Bitte sehr. Obsidian. Als Obsidian, oder? Weißt du, was ich gut finde? Dass ich die ganzen Bücher, die Encharted nicht weggeworfen habe. Protection 3... Die könnte man halt schon gebrauchen. Protection 3, das braucht kein Mensch. So, Lead Ingot und das hier. Dann brauche ich dann noch... Ich brauche kein Mensch. Brauche ich noch... Wie viel Haare der nette Glas brauche ich denn? Schon ordentlich, oder? Ja, ich brauche mal hier einen halben Stack Obsidian rein. Oh ja, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Obsidian. Ja. Wieso bin ich so kack und hab das da rausgestellt, Alter? Ja. Dukt. Hast du eigentlich mein ganzes flüssiges Dingens da verbraucht? Was? Flüssiges Dingens? Nein, ich meine nicht. Okay. Diese Bücher werden alle nie im Leben reichen. Aber das ist mir egal. Wenn man sich halt nochmal welche mit den 18, der wird euch ja wieder 18, ne? Oder viel länger. Was ist jetzt hier wieder los? Was hat du nicht? Ich brauche das Boot. What do you mean? Ähm, keine Ahnung. So, Magical Wood. Wo kann man denn hier nochmal die Priorität einstellen? Scheiße, wie viele brauche ich denn? Ich brauche vier Magical Wood mal zwei. Das heißt, ich brauche acht. Vier, perfekt. So. Ey, Scheiße. Das reicht natürlich nicht. Dann muss das da rein eben. Standbild gehabt. Schön. Ein Ei auf Ende. Achso. Das kann auch die Pink-Purple-Purple-Purple. Warum geht das nicht? Ich glaube, wenn ich das jetzt so lasse... Ich lasse es nicht da. Hahaha. Ich glaube, dann zieht er das zuerst so rein, dass es ins ME-System kommt. Das wäre scheiße. Was? Das geht... Warum geht das nicht? Ich hole mal kurz ein Leading mit rein. Mal gucken, was er damit macht. Sag mir jetzt echt nicht, dass ich dafür Emeralds brauche. Ja. Jetzt zieht er es da rein. So möchte ich das nicht haben. Äh, als ob das... Das ist auch ein... Hä, das geht irgendwie nicht, aber es müsste eigentlich gehen. Mach ich das alles? Kleine Grün... Grün... Und setz hier die Priorität runter. So, wenn das jetzt funktioniert... Nein. Hä? Ach so, das war falsch gecraftet. Daran liegt es vielleicht. Wie mache ich denn das am besten, Alter? What? Hä? Ich habe keine Ahnung, Alter. Hä? Das ist richtig seltsam, dieses... Äh, mit dem Magical Wood. Ich habe jetzt gerade 20 Magical Wood. Aber normal... Früher hat man ja immer eins bekommen. Egal, was für Bücher man reingelegt hat. Jetzt kriegt man anscheinend... Egal, wie man das reinlegt... Man kriegt halt einfach raus. Jetzt habe ich zu viel Magical Wood gemacht. Fuck das. So. Oh, jetzt brauche ich... LOL, ich habe gleich die Ender Quarry. Ich glaube, so schnell habe ich die noch nie gecraftet. Alter, ich habe ein Problem. Ich habe Ender Quarry. Ich habe ein Problem. Und das wäre... So, ich muss jetzt zu meiner... Wie kann ich das so einstellen? Nein! Ich brauche ja noch eine cool Idee. Wenn ich im Puzzle Riser... Eierze rein tue... Und der die dann hinten raus tue... Dann soll er die Sachen, die nicht gebrannt werden können... In seinem E-System sofort tun. Mit einer Kiste. Und dann halt reinlegen, welche er raustun soll. Ich mache mich da nochmal schlau. Probier ein bisschen drum. Möchte nämlich heute... Wir sind nämlich schon wieder bei 10 Minuten. Und ich habe noch nichts gemacht. Ich habe schon meine Ender Quarry, die nicht funktioniert. Das ist toll. Ich weiß. Ähm... Ja, gut. Oder nicht gut. Eher nicht gut. Warum? Eher nicht gut. Okay. Was ist denn? Ob... Obsidian. Ja. Viaduct. Weißt du, was ich sagen muss? Burnt Quartz. Sieht echt nice aus. So was... So was sagst du, okay. Das ist halt eine richtig geile Farbe, so mit dem Schwarz. Wie viele Viaducts brauche ich denn mit hier? Weiß nicht. Mach halt mal so ein Steak. Das reicht doch. Auf jeden Fall ordentlich sein. Ordentlich. Ordentlich? Ordentlich. Weißt du, was ich mal gesagt hätte? Wir brauchen uns mal irgendwie so ein krasses Hütchen oben auf diesen komischen orangenen Biom. Mit dem Viaducts sein. So, QID. Wie hießen die Teile mit dem QID? Ach, ich gucke einfach nach. Extra. Utilities. Da, in der Flux-Teile. Wie hießen das Zeugs da? Viaducts. Eins von, weil mehr können wir davon nicht machen. F... Zephyrian, okay. Zephyrian, okay. Zephyrian, okay. Ich hab nur noch 5 Eimer davon. Das reicht auf jeden Fall nicht. So. Jetzt brauche ich... 4 Ehen der Abhäre lehnen. Und das Doppelte davon... von... von... 16, 10... Man braucht 1 Eimer pro Dingens, oder? Äh, was? 1 Eimer pro Viaduct, oder wie viel brauchen wir dafür? Äh, ich glaube 250. Ach so. Alter, der Sound ist ja mal richtig kacke. Richtig unangenehm. Ja, ich geh jetzt zu... Ne, das wollen wir noch nicht. 50, ja, oder so viel. War auf jeden Fall nicht viel. Mal sehen, wie viel Energy schon ich Cell gesoffen hat. Sie ist voll. Mit 80 Millionen F. ist leicht wenig. Okay, wie setze ich das jetzt hin? Ich gucke auf jeden Fall jetzt erstmal... Ich mach das auch noch mit dem Viaduct. Wie soll das raus? Ja? Genau. Oder wo? Boah, Alter, das dauert ja Jahre. Ähm... Oh, meine Festplatten sind übrigens alle wieder grün. Hast du... Ich glaube, ich mach das wirklich gut. Ach ne, ich geh einfach in die Halle. Und was hab ich? Ähm, ne, egal. Ich geh einfach in die Halle, wir haben ja eine Farm. Blaze Rolls wollt ich haben. Also... Ja, hab ich nicht. Obwohl... Ich glaub schon... Ja, wär eh egal gewesen, weil... Ja, ob die da schon gefarmt haben. Weil... Waren nicht viele Leute da, ne? Ja, fünf Blaze Rolls. Und ich krieg eh vier Blaze Powder da draus, also... Reicht das. Alter. Hm? Was ist denn? Verbauen wir uns die ganze Zeit. Das ist schön. Oh, und jetzt hab ich ein Viaduct runtergeschmissen. Alter, ich wär grad fast schon wieder gestorben, was gelegt hat. Ich empfehle dir nur die Schuhe von Endaio. Da brauchst du ein Emerald, die dann abzugräden, dann kriegst du keinen Fallschaden mehr, wenn die aufgeladen sind. Wenn die aufgeladen sind. Ah, das ist ganz witzig. Wenn sie nicht aufgeladen sind, stirbst du halt instant. Also, ganz normal wie immer. Ja. Das war ganz witzig, dann hab ich damals den Infinity einfach, hatte einer einen Gang, wo man runterspringen konnte und... Meinte ich so, ja, also ich bin vorgesprungen runter, wo das Wasser ist. Ne, ich hab's weggemacht, hab gesagt, komm, spring runter, bin runtergesprungen, hab ja keinen Fallschaden, komm, er ist hinterher. Ist verreckt. Hä, ich hab's schon wieder fallen lassen und da unten liegt nichts. Ach doch, da liegt doch was. Alles klar. Die haben auf jeden Fall nicht gereicht. Ja, dann mach ich erstmal nochmal, wenn ich da fange, dann mach ich nochmal das da. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs fehlen. Jetzt müsste es schneller gehen. Schon zwei Endermarker, ich würd das gerne noch in der Folge aufstellen, aber es dauert so lang. Sechs Stück fehlen. So, ne dumme Frage. 817.000 Millibuckets Essence? Ist das viel oder wenig? Was für ne Essence? Mob Essence. Keine Ahnung, die ist doch immer voll, die Drum in der Hölle. Ja, ich hab drei Drum... Meine ist immer voll, die hier steht. Jetzt hab ich die in nem Riesentank gefüllt mit Endertank. Der hat jetzt... Der hat insgesamt... Kann der 1,6 Millionen speichern? Mhm. Und momentan sind 817.000 drin, also die Hälfte. Alles klar. So. Gleich wenig. Wir haben jetzt genug Diaduct. Es. Ich werd gleich meine Ender Quarry ausstellen, ich freu mich. Ich bin excited. Ich möchte heute den Wireless Charte noch schaffen, vielleicht schaff ich's noch. Gleich. Vielleicht aber auch nicht. Da wird's nämlich auf jeden Fall die Diaducts fertig. Ich würd gern meine Ender Quarry heute noch ausstellen. Das war bei der alten Quarry irgendwo da hinten. Ich hab so keine Ahnung, wie viele fehlen da, aber egal. Nice, jetzt kann ich meine Ender Quarry aufstellen. Und es ist Nacht, noch besser. Fuck, geh schlafen. Da ist ne Hexe, scheiße. Alter. Die Hexe hat einfach gewartet, bis ich... ...aufstehe. Jetzt hab ich Slowness. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich bei der Quarry da hinten bin. So, das Ding ist angeschlossen, Leute. Der Wireless Charger? Ne, die Diaducts. Wohin führen die jetzt? Überall? In ME-Systemraum nur. Nur? Ich hab ja noch nix anderes. Hast du deswegen keine Tür jetzt mehr? Das ist witzig. Ich hab eine Ender, Gary. Ja, hier ist ein Dorf. Ich hab keine Tür. Hast du jetzt die Tür weggemacht, dann zu deinem ME-Raum. Du musst nämlich... Du hast keine Türen mehr haben. Damit, wenn mal irgendwas kaputt geht, du nie wieder da rauskommst. Hier war die Gary. Da geht nichts kaputt. Da geht nichts kaputt. Aber sie funktioniert. Awesome. Lol, was ist mit den Squids da los? Witz. Oh, ich glaub, meine ME-System ist... Äh, meine... Mein Gary ist leer. Alter, ich flieg da jetzt die ganze Zeit lang. Ich muss das mal so machen. Da kann man nämlich nicht mehr reinfliegen. Ja, ich baue jetzt mal meine Ender Quarry auf. Es lag. Wireless Charger. Achso, da brauch ich dieses... Äh... Slice and Splice. Schlitzensplitz. Ein Schlitzensplitz? Braucht man... Das ist... Solarium. Stimmt. 438 und 68. Das heißt, wir brauchen Gold. Das hier kann man nebenbei schon mal hier reinsmeißen. Oder auch nicht. Ach doch, jetzt funktioniert. Es lag schon wieder, Alter. Nice. Das ist... Minus 826. So, dürfte das funktionieren. Dann mache ich hier Maschinen... Das ist 308. Ich schreibe Maschinenraum. Im Ingustier. Alles klar, das hat sich jetzt gelohnt. Ähm... Einen Schlitzensplitz. Fuck, das ist dumm, weil hier ist die... Scheiße. Ich habe 7 Soulstands. Ich hoffe, das reicht. Habe ich das hier hin. Ich hoffe, wirklich ist reich. Dann kommt der hier bei... Minus 691 hin. Minus 691. Merken Sie sich das bitte. Ich brauche hier auch noch ein Crafting Terminal. Wie viel braucht man denn da für... Splitzensplitz. Scheiße, 20 Minuten. Ich schaffe das noch. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir dafür. Habe ich, habe ich. Danke sehr. ME-System. Ähm... Ich schaffe das noch. Hä, warum geht das nicht? Oh, das ist falsch. Maschinen, Chases, Fabian. Das ist nicht 91, das ist 90 gewählt. Ich schaffe das noch. Meine Schere, ich überziehe es einfach. Das ist mir egal. Ja, ich auch. Ich werde euch meine Ender-Garrier umstellen. Ähm, Schlitzensplitz haben wir jetzt. Oh, weh, der hat da gerade den Enderman-Kopf genommen dafür. Ne, hat er nicht, Alter. So, das kommt in den Maschinenraum. Und da kommt der Tesseract drüber. Der nebenbei noch keinen Strom hat. Und das ist richtig. Und jetzt hat sie 30, 49, 49... Ah, die bohrt schon schnell ab, die Quarry. Jetzt will ich nur noch irgendwie heilen und dann müsste das alles funktionieren. Lioness Charger. Was brauche ich denn dafür? Eine Eisenachs. Und eine Schere. Das dürfte, glaube ich, kein Problem. Wir sollten jetzt aufhören. Nein, sollten wir nicht. Oh, ich brauche noch mehr Solarium. Vibrant Alloy. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm. Conductive Irony. Wie heißen das Zeugs? Morgen 18 Uhr. Wie heißen das Vibrant Alloy? Morgen 18 Uhr. Wie seht ihr denn, wie ihr das fertig kraftet? Nein, das sehen sie jetzt noch. Warum nicht? Morgen 18 Uhr. Morgen 18 Uhr. Okay, morgen 18 Uhr. Ihr habt ihn gehört, ich gebe auf. Auf Wiedersehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung. Positiv. Positiv. Ich fliege eh nur noch mehr lang. Also. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.